So, die Aufnahme läuft. Ich schütte mir gerade noch eine Kleinigkeit zu trinken ein. Aber immer wichtig, wenn man dann anfängt zu sprechen, dass die Stimme, ja jetzt sage ich es, man muss mich schon räuspern, dass dann auch alles passt und man sich eigentlich nicht räuspern muss. Aber egal, tat trotzdem gut, der Schluck. Nee, also eigentlich hatten wir uns so gedacht, wir können eigentlich diese Ereignisse, die gestern passiert sind, können wir nicht einfach so unkommentiert lassen. Wir gehen mit euch in den Austausch, egal was für ein Thema gerade auf dem Tisch ist, egal was gerade so beim VfL abgeht. Und dann können wir eigentlich nicht sagen, dass wir jetzt das so stehen lassen und nicht was dazu sagen, nicht mit euch in den Austausch gehen. Und das wollen wir in diesem Sinne mit diesem kleinen Video, mit dieser Tonspur sozusagen machen. Und deshalb wollen wir jetzt mal sehen, wie sich natürlich alles so entwickelt. Erstmal natürlich so von Anfang an, um auch so ein bisschen die Emotionen so zu sortieren. Es war natürlich von Beginn an eigentlich, die Stimmung war super, die Fans waren gut drauf. Der VfL hat in der ersten Halbzeit einen guten Ball gespielt. Es hat Spaß gemacht zuzusehen, was für gute Offensivaktionen wir gegen Gladbach hatten. Es waren ja wirklich ein paar gute Chancen dabei, wenn man den Freistoß von Stavlidis, wo Bela Koca mit dem Kopf drankommt oder auch viele andere Situationen und wenig, die eigentlich von Gladbach in der ersten Hälfte so im Kopf geblieben sind. Und ja, bevor dann die zweite Hälfte kam, natürlich war es extrem bitter. Wir sind gut aus der Kabine gekommen, hatten auch wieder den Zug zum Spiel gehabt und auch das Momentum eigentlich so auf unsere Seite, bis auf das natürlich die Tore nicht reingegangen sind oder die Tore nicht gefallen sind durch die guten Aktionen. Ja, und dann kommt das 1-0. Dann bist du eigentlich gefasst. Du fällst nicht irgendwie aus der Fassung und schaffst es auch weiterhin Druck aufzubauen. Dann kommt das 2-0. Ja, und dann kam diese eine Szene, wo ich mir denke, es gab eigentlich da auch gar keinen Grund, sich aufzuregen. Das war ja die Situation, wo Polter im Strafraum dann ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Ginter oder Bense Baini war, der Polter da so in den Zweikampf reingebracht hatte. Aber ich weiß nicht, ich meine, es war Ginter. Schreibt es natürlich auch in die Kommentare, wenn ihr da jetzt nochmal ein besseres Gedächtnis habt. Aber ich meine, es war Ginter. Aber ist ja auch egal. Er war auf jeden Fall in den Zweikampf. Und dann gab es ja so leicht irgendwie die Andeutung, es könnte vielleicht eine Elfmetersituation gewesen sein. Relativ schnell war aber dann klar, das war viel zu wenig für einen Elfer. Ja, und dann kommt diese Situation, wo du dir denkst, was passiert hier eigentlich gerade? Da wirft jemand den Schiri-Assistenten einen Bierbecher vor den Schädel. Unabhängig davon, dass Bierbecherwürfel sowieso relativ unnötig eigentlich sind, weil sie nichts bringen, außer Frust rauslassen. Aber am Ende des Tages, es gab ja noch nicht mal irgendwie große Aufregung oder so. Es war ja eigentlich eine ganz normale Spielsituation, wie in gefühlt 35 anderen Spielen. Und da kommt plötzlich jemand auf die Idee und wirft halt den Schiri-Assistenten ab. Und dann hat man ja auch gar keine andere Wahl, als das so zu machen, wie es am Ende dann auch kam mit dem Spielabbruch. Was willst du denn machen? Wenn man es nicht machen würde, dann würden sich doch alle denken, ja, mit denen kann man es ja tun. Und es war alternativlos. Und das ist natürlich umso bitterer, denn es war eigentlich noch genügend Zeit auf der Uhr, um eine kleine Aufholjagd zu starten. Und das ist in unserem Stadion mit den Fans, mit der Unterstützung, mit dem Support immer möglich. Da hast du immer die Chance, den Anschlusstreffer zu machen. Und da hast du immer die Chance, dann vielleicht noch den Ausgleich zu machen. Das ist alles möglich, wenn du dann nur fokussiert bleibst. Und wenn du vor allem nicht durch solche Dinge dann halt aus dem Konzept gebracht wirst. Und vor allem durch solche Dinge dann komplett gar nicht mehr die Chance hast, den Spielverlauf zu drehen. Oder für dich zu gestalten in dem Moment. Und das Momentum auf deine Seite komplett zu holen. Es ist natürlich, merkt ihr auch, extrem bitter und frustrierend einfach nur. Wenn man das alles nochmal so durch den Kopf sich gehen lässt. Und all das, was dann kam von Shinzi Lords, von Zoller, das war ja auch alles komplett richtig. Sowas hat keinen Platz bei uns. Und vor allem an einem Tag, wo wir aufgrund der ganzen Weltereignisse mit einem Trikot auf den Platz gehen. Wo drauf steht, vereint, friedlich, leben. Und dann packst du dir da den Kopf und denkst dir, das kannst du eigentlich nie sein. Und vor allem sollte es ja was total Gutes werden. Es sollte ja eine geile Aktion werden, um in solchen Zeiten ein Zeichen zu setzen. Um in diesen Zeiten symbolisch und dann auch monetär durch die Erlöse, die da kommen, um zu unterstützen. Und jede Aktion in solchen Bereichen ist in der aktuellen Zeit wichtig. Und dann wird das durch so eine Aktion einfach nur zerstört. Ja, und vor allem natürlich auch die Konsequenzen. Es ist ja klar, das Spiel wird für Gladbach gewertet. Jetzt am berühmt-berüchtigten grünen Tisch. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf. Es wird ja höchstwahrscheinlich auch noch eine Geldstrafe auf uns zukommen. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Der VfL hat in der Pressemitteilung auch schon geschrieben, er behält sich auch Schadensersatzansprüche natürlich vor. Und jetzt muss man schauen. Vielleicht ist es sogar gut, dass jetzt gerade Länderspielpause ist, damit sich alles mal so ein bisschen beruhigen kann. Und dass die Köpfe frei werden und auch die Spieler dann wieder fokussiert sind. Weil für die ist es natürlich ebenso frustrierend, weil sie ja nicht die Möglichkeit mehr hatten, irgendwas zu ändern. Und auch nicht die Möglichkeit hatten, das Spiel zu beenden. Dann hätte man immer noch sagen können, das ist scheiße gelaufen, das ist scheiße gelaufen. Aber so war ja noch nicht mal die Möglichkeit, wie schon gesagt, überhaupt da. Deshalb ist vielleicht gut, dass die Länderspielpause jetzt kommt. Dann kann die Situation vollständig aufgearbeitet werden. Die Köpfe können höchstwahrscheinlich ein bisschen freier werden. Und unser Cheftrainer kann da auch noch mal dann nach Genesung ein paar Worte an die Mannschaft richten. Und die auch wieder versuchen aufzubauen. Und dann sehen, wie es natürlich weitergeht. Denn Fakt ist, dass das natürlich jetzt nicht förderlich war für unsere Situation, sportliche Situation. Auch nicht für die Außendarstellung des Vereins, wofür wir eigentlich geworben haben. Was natürlich jetzt so einen Makel bekommt durch die ganze Situation. Aber am Ende muss noch mal festgehalten werden. Wir hoffen einfach nur, dass nicht in den Hintergrund gerät, was für eine gute Saison wir bisher gespielt haben. Und vor allem, wie die Fans die Mannschaft unterstützt haben. Und wie viel Freude wir Fußball-Deutschland sozusagen bereitet haben durch die Stimmung im Vonovia-Ruhrstadion. Und das ist, denke ich mal, eine Sache, die darf nicht in den Hintergrund geraten. Und da muss man an jeden appellieren, bitte lasst euch das jetzt nicht durch diese eine Aktion, durch diese eine Person kaputt machen. Das muss man an der Stelle auch ganz klar festhalten. Und es ist ja überhaupt auch nichts verloren. Wir stehen ja immer noch einigermaßen solide da mit dem Polster, was wir haben. Aber Fakt ist natürlich, dass gerade auch nach diesem Spieltag und auch prinzipiell der Druck natürlich sich jetzt wieder aufbaut. Und das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und umso wichtiger ist es, dass dann alle zusammenstehen, dass alle an einen Strang ziehen, dass wir sagen, sowas gehört nicht ins Stadion. Dass wir alle auch wirklich das beherzigen, was auch der Verein und was auch Toto in dem Video gesagt hat. Das Bier ist zum Trinken da. Trinkt es, werft es nicht nach vorne. Das ist auch unser Appell. Versucht doch einfach mal, selbst wenn ihr emotional seid, versucht doch einfach mal diesen scheißverdammten Bierbecher bei euch zu halten. Werft ihn doch nicht aufs Spielfeld. Da hat doch keiner was von. Ihr seid eure vier Euro los, weil ihr das Bier nicht mehr trinken könnt. Es gibt nur Ärger für den Verein. Es gibt Geldstrafen. Also wie gesagt, es hat kein Mensch etwas davon. Und dann tobt doch lieber auf der Ostkurve. Keine Ahnung. Schreit es nach vorne auf dem Platz hinaus. Und werft vielleicht dann ein Bier auf euren Garten. Keine Ahnung. Da könnt ihr immer noch ein Bier vom Balkon runterwerfen, um den Frust vielleicht loszuwerden. Aber einfach schädigt doch nicht das Außenbild unseres Vereins oder zerstört doch einfach nicht das, was alle sich da aufgebaut haben rund um unseren Club. Das ist einfach unser Appell. Und auch wenn vielleicht viele sagen, das können wir nicht beherzigen, das wollen wir nicht beherzigen. Von euch wollen wir das schon gar nicht beherzigen. Wir wollten es auf jeden Fall in diesem Moment einfach mal gesagt haben, weil auch wenn wir immer viel Spaß machen, auch wenn wir immer viel Freude an unseren Matchtalks und an unseren Vorberichten haben und da halt auch immer viel flachsen, darf in solchen Situationen einfach auch die Ernsthaftigkeit nicht fehlen. Und ja, das soll es eigentlich auch gewesen sein. Wir möchten jetzt einfach zum Schluss nur noch auch eure Perspektive mal hören. Wie seht ihr die ganze Situation? Wart ihr im Stadion? Wo wart ihr im Stadion? Wart ihr vielleicht direkt im Block? Und einfach mal, dass ihr eure Sichtweise, wenn ihr wollt, mal kurz in den Kommentaren schildert, weil das interessiert uns natürlich auch, was ihr in eurem Kopf an Gedanken habt, wie eure emotionale Lage war, was ihr nach dem Spiel gemacht habt, ob ihr sofort nach Hause gegangen seid, ob es ein Frustbier im Bermuda gab. Und ja, das möchten wir natürlich gerne wissen. Und das soll es, wie gesagt, auch gewesen sein. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag. Genießt die Sonne und wir hören uns dann, wenn es um die Vorberichterstattung für das Spiel gegen Hoffenheim geht. In diesem Sinne, Glück auf!